So, wie werde ich auf meinem zweiten Account eingerankt? Das ist jetzt die Frage. Trage jetzt, um mich kostenlos zu unterstützen, meinen Creator-Code bei reapers.yt in deinen Rocket League Shop ein. Einfach eingeben, bei reapers.yt ok drücken, dann unterstützt du mich 14 Tage lang, alle 14 Tage neu eintragen und nun viel Spaß mit diesem Video. Peace Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen, freshen Rocket League Season 3 Video hier auf meinem Kanal. Freunde, in dem heutigen Rocket League Video gibt es meine beiden letzten Einrank Matches mit Dom AnyArt zusammen. Ich habe mich mit ihm zusammen auf meinem zweiten Account eingerankt, deshalb schreib jetzt mal in die Kommentare, was du denkst, wie ich eingerankt wurde und schreib gerne mal deinen Rank in die Kommentare, wie du in der neuen Season 3 eingerankt wurdest. Ich bin sehr gespannt, wie ihr so eingerankt seid und lasst jetzt einen Like auf diesem Video da. Für die 1000 Likes auf diesem Video, die müssten safe drin sein, vor allem endlich mal wieder Video mit Dom AnyArt. Ihr habt es euch immer so sehr gewünscht, ja, mach mal wieder was mit Dom. Hier ist ein Video wieder mit Dom, wir haben uns zusammen eingerankt, deswegen lasst ein Däumchen nach oben, dann gibt es auf jeden Fall mehr mit Dom und lasst jetzt auch natürlich ein kostenloses Abo auf meinem Kanal da. Das waren natürlich zwei Runden aus dem Livestream, also nicht wundern, wenn ich da irgendwie anders geredet habe oder so wie in den Videos. Ist halt ein kleiner Livestream-Ausschnitt, also wundert euch nicht. Nun würde ich aber sagen, let's go, ab mit dem Video und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich gehe, let's go, die letzten beiden einranked Matches. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Oh Gott, der wird gefährlich, habe ich. Schön, super. Hat er. Alles cool. Nicht geplant, statt du noch mal, exkau, ich gehe kurz, Fahrpost. Kein Boost mehr. Hätte dir, alles entspannt. Hab ich. Ich bang ihn. Hast du, hast du, ja, ja. Wo ist der? Oh, Leute. Yes. Oh, 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 oh. Hast du aber? Schön. Ich bin rechts. Hat er. In dem Zor ohne Boost. Wenig Boost. Einmal zurück spielen, Arschadde. Achso, ne. Jetzt hoch. Jawohl. Ich sag, du wirst GC2 eingerankt. Ne, das ist zu hoch. Ich habe keinen Boost. Let's go. Ja, Mann. Mitte? Ja, Mann. Der liegt. Nein, schade. Okay, jetzt wird es schwierig. Ne, okay, habe ich. Ja, bis unten auf dem Boden. Schön. Ich gehe nochmal. Ja, hast du. Ah, schade. Schön. Deiner? Oh, lol. Was? Klack, 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 in die Ecke. Wie ist der denn reingegangen? Okay, krass. Der war aber... Alter. Ich habe noch mal ein bisschen gesehen. 20 Boost im Zor. Hab ich. Ich mache noch nichts. Ich werde es mir hier stehen. Ich habe nochmal geblockt. Nimm ruhig. Okay, dann gerne. Ich push mal drauf, auch wenn kein Boost. Ich warte rechts, weil der haut den eh dahin. Ja, dann deiner jetzt. Let's go. Ich kann nichts machen, noch nicht. Let's go. Klack. Ah, ja. Ja, habe ich nochmal. Lass einfach liegen. Ja, okay. Nee, nee, nee. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Okay. Ich habe einen down. Okay, ich lasse mir Zeit. Willst du den Boost mitnehmen? Danke. Ja, darfst du. Achtung. Ich kann den nehmen. Okay. Schön gemacht. Die fail. Hast Zeit. Open it. Das war natürlich nice gemacht von den beiden. Come on, sechster Win here. Let's go. Let's go, Alter. Noch nicht, kann ich nicht. Habe ich. Kein Boost? Papier? Nee, nee, nee. Da wurde ab schon abgebrochen, als du meintest, dass kein Boost ist. Deswegen habe ich kurz gebremst und dann war er vorbei. Leider bei mir. Kannst du den nehmen. In rechts. Komm. Der ist drin, wenn du ihn nicht hast. Ja, schön. Oh, der kommt flach. Okay. Wie so ein Witz, der kommt flach. Deiner? Ja, warte. Hat er nochmal? Ja, der ist nochmal drin. Ja, egal. Komm, ein Ding. Fünf Sekunden. Eigentlich. Der hintere bleibt im Tor. Punkt. Ja, ja. Okay. Also, komplett stehen bleiben. Nicht Boost holen. Ja, wie klein. Du gehst mit den kleinen Boost hinter mir. Du machst das alles. Ich fahre eh. Ja, ja. Ja, okay. Schon mal guter Ball. Ja, let's go. Ja, Mann. Sechs Wins. Come on. Einen noch. Sieben Wins. Drei Losers. Das letzte Game und dann sind wir eingerankt. Ja, ich bin Backwatch. Hä? Hat er nicht so gut? Hast Zeit. Nochmal? Yes. Nochmal? Hab ihn. Ja, ja. Oh, weißt du. Schon von herein ge... Oh Gott. Ja, alles cool. Den kann er eh nicht machen. Kannst hin. Hast Zeit. Nein. Kein Boost. Aber kannst du hin? Ich habe keine Boost. Du musst die nur nach vorne spielen. Oh. Oh. Ich bin nimm zur. Ja, der wird den erst mal spielen. Danke, hab ich. Achso, ja. Okay, nimm du. Ja, nochmal hoch. Bin Back. Hab einen gebummt. Nice. Drücklegen, oder? Nee. Ah, wird gefährlich, glaube ich. Nee, 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 nee. Hast du. Schönes Ding. Hat er. Hat der nochmal. Ja. Im Zeit. Bin mit dem. Klack. Ich muss erst mal über ihn spielen irgendwie. Klack. Klack. Weg. Kannst du spielen. Hab ich. Hast du okay. Du bist da. Ramin. Ich wollte nur den Boost eigentlich. Schade. Ja, meiner. Ja. Hast du schon auch den Typen? Ah, nee, okay. Ich darf dann nicht draufgehen. Ich bin da und. Ach, schade. Ich muss den Lasten. Ich hab kein Boost. Die auf dem Boost stehen, ja. Er hat ja keinen Boost, ne? Hat er. Okay, okay, ist gut. Achtung, der kommt. Okay. Ich übernehme. Im Tor? Äh, im Mitte. Schade. Ich warte, Wall. Geiles Ding. Ich versuch mal, bisschen was Außergewöhnliches. Hat nicht funktioniert. Boah, wenn ich den Block noch mitgenommen hätte. Boost. Hast du keinen Boost? Nee. Ja, dann spiel einfach. Ja, warte. Jetzt, geh hin. Ey, es gibt's nicht. Aufpassen. Geiles Ding. Ey, wir sind eigentlich die beste Mannschaft. Also Team. Ja. Ja. Nein. Du nochmal. Ich würd. Mehr geht nicht. Jetzt kann ich. Nochmal. Oh. Boah. Ja, ich gehe. hat er. Hat er. Ja, du rüber. Hast ihn. Ja, hast Zeit. Nee. Schade. Achtung. Jo, mit dem Zor wurde gerammt. Hast du aber noch. Hast du aber noch. Ich backflippen, Meister des Jahres. Bin ich jetzt schon im April. Der kommt gut. Ja. Mann. Kommt. Kann ich nicht. Oh, war für ein Spiel, ne? Komm jetzt aber. Drill ihn rein. Ja, Mann. Es ist. Es ist. Mann, ey. Weg. Oh. Was willst du machen? Was willst du? Also. Was willst du machen? Es ist einfach. Sorry, aber. Es ist lächerlich. Egal. Come on. Was ist das? Ich bin rechts. Yes. Wichtig. Rechts. Gut. Oh, der kommt aber nicht weg. Egal, egal. Jetzt mal Zeit. Bisschen. Come on. Let's go. Hat er. Ne. Das ist wirklich. Und jetzt auch einmal gehen wir so kaputt daran, ne? Oh, Mann, ey. Das geht's nicht. Wir haben so viele Chancen. So viele Chancen. Das geht's nicht. Wir verlieren scheinbar das letzte Einranked Game. Aber sechs gewonnen, immerhin. Ich geh nochmal. Vielleicht faken sie nochmal, was du denkst, die sind cool. Ne. Aber rechts. Nee, fake nicht. Let's go. Come on. Der ist super. Sogar den Boost. Der ist sehr gut. Komm mal nochmal. War zu weit, ne? Nein. Jetzt nicht. Boah. Ja, Leute. Wir verlieren leider das letzte Einranked Game. So, wie werde ich auf meinem zweiten Account eingerankt? Das ist jetzt die Frage. Ich werde Champion 2 auf meinem zweiten Account eingerankt, Leute. Das ist wirklich stabil, muss ich sagen. Äh, bin ich mega zufrieden mit. Leute, lasst dafür gerne mal ein Like da. Würde mich mega freuen. Kostet das Abo. Und ich vergesse dann alle, die das als Video sehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.